Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, mit Diddy hatten wir ein bisschen freigeschaltet die letzten Folgen. Da haben wir was für Tiny noch freigeschaltet. Für Diddy selbst anscheinend. Und ich hatte jetzt noch Kristalle eingesammelt, dass wir nochmal fliegen können. Jetzt muss ich nur einmal wieder drum drehen. Ah, diese Kameraführung ist zum Kotzin. Dann schauen wir mal, dass wir hier... Ich tippe mal ganz ehrfurchtig, dass wir da hinfliegen müssen und den in den Mund schießen müssen. Wäre jetzt eine Lösung, die mir einfallen würde. Das heißt, wir haben noch 7,40. Das will ich hoffen, dass es reicht, ihm in die Fresse zu fallen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Schaffen wir das. Schaffen wir es auch von hier. Wir haben es auch von hier geschafft. Was geht denn jetzt offen? Irgendwas im Tempel, oben in der Mitte. Wow, für jeden was. Geil. Für jeden was. Das heißt, es wird nochmal spannend hier im letzten End. Ich möchte natürlich die Melone einsammeln. Das ist natürlich geil. Aber sowas habe ich mich gefreut. Deswegen ist vielleicht auch das Ding da hier, dass man schnell da auf die Sachen kommt. Dann würde ich sagen, wir spielen einmal schön fett das Zeug. Tut mir leid, ich muss jetzt einmal kurz niesen. So, Erdnüsse-Alarm. Ein Türchen öffnet sich. Und was? Ich weiß, es ist bestimmt irgendwie so ein Level auf die jeweilige Person abgestimmt. Einmal hier im Durchgang. Was haben wir hier? Hi. Wir haben eine Münze und ein paar Dinger. Okay. Wir sind links gegangen als erstes. Jetzt gehen wir rechts. Das wird wohl der richtige Weg. Tippe mal ein Labyrinth, wo wir ein bisschen rumlaufen können. Ja. Ich werde auf jeden Fall immer beide Wege gehen. Sollte der Weg, den ich als erstes wähle, der richtige sein, gehen wir zurück und schauen uns das nächste an. Ich vermute mal, dass es jetzt links sein wird. Dafür gehe ich jetzt rechts. Frag mich nicht, warum ich das drücke. Macht er gewohnt, nach oben zu drücken. Hey, was ist auf jeden Fall den oberen Ebenen schon kaputt gegangen? Wo ist denn der Ballon? Da. Hey. Komm her. Ja. Komm her. So. Kommt er nochmal wieder. Dann müsst ihr wieder an die gleiche Stelle kommen, ne? Da, sagt. Mal noch eine Münze? Ja, dann ist es links, rechts, links, rechts oder sowas. So eine komische Reihenfolge. Bam, bam. Geschenkel für dich. Salutiere, mein Freund. Gib mir gleich wieder ein paar neue. Da ist eine Banane. Komm mal, bitteschön. Vier Bananen, gegensatz zu den anderen. Ein und Null. Okay, wir sollten uns den Ausgang merken, aber das war jetzt einfach. Ich will jetzt, tipp mal, dass wir dann einen totalen Abschluss kriegen oder so. Komplettes Leben, einmal komplett abgeschossen. Oder einmal totgeschossen. Ich weiß es nicht. Dann nimm wir... Du, Drecksack. Dann nimm wir... Jetzt erzählen sie sich, würde sagen, Tiny. Mach mal mit... Tiny Gong weiter. Hier ist ein Tempel. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall in den Weg merken, in dem wir gegangen sind. Um im Winter schnell herauszukommen. Ich will hoffentlich, dass irgendein Schwimmlevel wird. Weil ich bin da so ein richtiger Fan von diesem Schwimmlevel. Und das ist hier in Donkey Kong 64. So. Ananas. Und ich habe genau... Stehe ich da drunter. Äh, haha. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall die ganzen Level auch machen. Weil ich will ja, wenn... Das machen, was man machen kann. Und wo man nicht so sehr drauf achten muss. Kommen wir denn und können wir... Kommen wir mal. Dann nimm mal hier vorne auf Eck. Leider nicht. Dann muss ich mal hier ein bisschen schleichen. Dit, 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 dit. So. Können wir aber jetzt... Ja. Andersrum geschossen werden natürlich die Feder genau im Feld gekommen. So. Was haben wir jetzt für ein Level? Ich tippe mal, dass es jetzt ein Schwimmlevel wird. Ah, nee. Eine Münze und was zum Schießen. Ich höre schon. Die eisernen... Ah, ich hasse so... Ich hasse die Viecher. Habt ihr so gehört? Da ist die kleine Vieh. Ich komme mal zu holen. Oha, komm, genau mit ins Gesicht. Weg. Das... Ach, ich wollte doch nicht spielen. Wir sind alle tot erst mal. Da haben wir sie. Einser Bild. Äh. Macht die denn mit uns? Ach, die füllt uns dann alles auf. Nett. Das war plus eins sogar. Da haben wir noch irgendwie was, was wir aussammeln können. Wir können die, glaube ich, nicht zurückdrücken. Das ist schon mal geil. Die erste Fähre haben wir. Ich tippe mal, vermutlich auf diesen Fotos, ähm, dass man damit irgendwas machen kann. Gut, die Fotos wurden jetzt so angezeigt oder wurden für uns nicht angezeigt und wir hatten die nicht jetzt. Gemein. Wir konnten jetzt nichts sehen, was jetzt auf diesem Foto war. Ich denke mal, dass da halt die Fähre gezeigt wird. Aber durch das Spiel zacken. Ach, so ein netter Grafik, Bakiva. Können wir noch von den Dingen euch einsammeln? Haben wir aber noch. Okay. Dann gehen wir eine höher. Hier ist es dann anscheinend... Ja, manchmal mag ich das Spiel so ganz gerne. Moment, zack. Und einmal. Feuer frei. Hallöchen. Ne, da ist die Banane. Lauf! Ach, komm, bitte dich. 20 Menü. 20... Ach, komm, ganz ernsthaft. Ne, wird mir jetzt richtig offen sein. Ja. Geht am besten, Helden. Sound, alle tot. So. 19 Bananen. 0, 4, 2. Ja. Dirt. Möchtest du Minecraft spielen? Wenn du schon dirt mit uns spielen willst, dirt. Und tschüss. Epsa. Nichts gemeistert. So. Und dann würde ich sagen, wir holen Donkey Kong und dann wechseln wir auf... Dauer. Auf Tiny zurück. Nicht nochmal. Oh, ey. Also müsst ihr euch vorstellen, ein Spiel mit super Kameraführung trifft auch Spiel aus alter Zeit. Total manchmal ätzend. Diese Kameraführung. Besonders diese alten Bienen, die uns ganz alt auf den Keks gehen. Weißt du was? Donkey Kong und Kokosnuss. Ich habe sie 8 jetzt verschossen mit der, also sieben auf die Ding. Und keine trifft. Weil die immer hin und her und den und der. Ah, ich... Ah, ne. Ich packe sie wieder ein. Ich will gemütlich gehen. Können wir auf jeden Fall sagen, hier kriegt Donkey Kong auch seine erste. Okay, wir müssen irgendwas mit Schießen machen, sonst werden die Dinger nicht hier. Okay, wir müssen die Dinger nicht hier. Und das ist mir gerade, ich kann die Dinger nicht besiegen. Ich kann ja mal... Komm, ich habe was für dich. Null Chance. Da helfen, glaube ich, nur die... Das hilft. Bei allem. Aha. Help! So, tschüss. Da haben wir es nämlich. Zwei Stück. Nice. Aliop, aliop. Und einmal dies. Komm, geh weg. Ganz ehrlich, geh weg. Gut. Oh, mich mit Donkey Kong die Dinger einsammeln kann. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so für Erleichterung oder so. Get out. Get out. Nicht dirt. Ich geh doch schon. Du musst mich nicht provocieren. Aua. Das ist eh nicht. Das war einfach bei zehn Pummen gemacht. Aber ich sehe gerade die Folge. Wir machen heute eine kleine, etwas kürzere Folge. Deswegen sage ich, mache hier kurz einen Card. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei Donkey Kong 64. Bis dann, euer Flash 3P. Und tschüss. Bis dann, euer Flash 3P. Bis dann, euer iPhones. Bis dann, euer Äußero FOREI. Bis dann, eueroru力in. Bis dann, uer mER.